Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Dieser hat mir keine Ruhe gelassen in diesem Topf. Ich habe immer gedacht, dass es vom Schneiden ist. Ich weiss es nicht, aber der Anzeiger ist ziemlich gut. Vorbei, das Substrat tut mir trocken. Also ich muss den immer blau halten. Der zeigt mir zu feucht an. Hier dafür, dass das Substrat für die Pflanze offenbar feuchter sein muss. Das ist mir zu trocken. Also was mache ich jetzt? Ich wasche die Erden komplett aus. Ich lege ihn dann nur in das Granulat. Dann kann ich ihn länger feucht halten. und schaue mal, ob das etwas Besseres wird. Ah, der kommt dann gleich hier in diesen Topf. So, das ist so. Wunderbar. Hier sehen wir noch, wie das Wurzelreich sich entwickelt hat. Das wächst schon. Auch oben kommt ein kleines Stück wieder raus. Dann ist das ja nicht ganz so tragisch. Aber nichtsdestotrotz. Auch das tut ihr noch einmal gut. Wenn ihr hier frisches Zeug bekommt, dann ist vielleicht mal das Erdreich weg, das ich jetzt nicht mehr wollte. Ich muss noch ein wenig runterziehen. So. Vielleicht. Ja, die sind halt horizontal. Ja, die sind halt horizontal. Sie gehören nicht in die Tiefe. Dann nehmen wir sie mal so rein. So. So. ist gut. Prima. Dann stecke ich das hier rein. Bis auf den Boden hin. Damit ich weiss, ob es am Boden zu feucht ist oder nicht. Und dann geben wir hier noch Wasser. Wasser rein, ich vermute, dass ein bisschen mehr Wasser bei dieser nicht so schlimm ist. Wie man ja gesehen hat, als ich die Anzucht gemacht habe, stand die auch die ganze Zeit im Wasser. Prima, beobachten wir das und schauen, ob es besser geht. Was auch noch spannend ist, sehen wir, jetzt hat sie auf den Schlafmodus gestellt und die Blätter zusammengeklappt, weil ich sie rausgenommen habe. Das ist witzig bei dieser. Fast so ähnlich wie die Telegrafenpflanzen, wo sich die Blätter auch bewegen und bei dieser klappen sie sich einfach zusammen. Witzig, was es in der Natur gibt. Das scheint ihr gut zu haben. Die Blätter sind wieder wunderbar oben. So wie auch diese eigentlich. Ich habe das Wasser sogar fast bis oben drin angestaut. Das ist jetzt einfach mal drinnen. Aber es hat ihnen auch nicht geschadet, wenn viel Wasser drin ist. Aber in diesem drin, obwohl die Wasserstandsanzeige immer das Maximum anzeigt. Hier ist zu wenig Feuchtigkeit. Das gefällt ihnen nicht. Hier muss man auch noch weit oben ziehen. Also möglichst weit oben noch mal die Flüssigkeit vom Wasser. Das scheint denen nicht zu gefallen. Das ist ja auch nicht zu gefallen. Und jetzt hier. Was mache ich hier? Ich überlege mal etwas. Der Operationstisch ist parat. Schwester bitte. Ja. Wir haben hier einen Patienten. Der hat gebrechen. Er verliert seine Blätter. Er verliert seine Blätter. Und es gefällt ihm hier drin nicht. Er wird hier drin welken. Also. Wird alles nicht genutzt. Wasserstandsanzeige ist immer sehr weit oben. Ich habe sie jetzt extra noch weiter offen hier. Weil ich das Gefühl habe, dass das nicht hier oben alles feucht macht von den Wurzeln. Es fühlt sich zwar jetzt feucht an, weil er so hoch ist. Aber sonst. Null Chance. Jetzt hatten wir Weihnachten. Es ist ein Neujahr. Heute ist der 28.12. Und diesen Sternfruchtbaum möchte ich hoffen zu retten. Ich habe hier kostenlos von jemandem heute ein paar Töpfchen bekommen. Das ist wie so eine Gebung. Man kann es nehmen wie man will. Wenn es überlebt, kann ich das als Zeichen werfen. Dass ich das Töpfchen habe mit Sternen drauf. Das passt perfekt zum Sternfruchtbäumchen. Wir füllen hier. Mit diesem Tongranulat. Von der Ceramice. Den ich benutze. Dann nehmen wir hier. Das hier. rausnehmen. Das kann man jetzt einfach nur ziehen. Das ist nicht so ein Problem. Hier haben wir noch ein Blatt verloren. Das möchte ich hier nicht drin. Die ganzen Steine will ich auch weg haben. Das Wurzelreich sieht eigentlich gut aus. Wenn es so vergleicht. Ich habe Hoffnung, dass der noch kommt. Und dementsprechend. Ja. Probieren wir ihn jetzt hier. In ein anderes Substrat. Zu übersetzen. Ich tue jetzt hier die Wurzeln. Extra noch ein wenig tief rein. So. Dass sie auch wirklich bis abends noch etwas holen können. Die Wurzeln verlieren. Prima. Da verliert die Blätter eins nach dem anderen. Jetzt kommt der wieder. Schön in die Nähe vom Fenster. Wie sonst auch. Und. Wasser noch rein. Doch. Da kann man auch ziemlich viel Wasser rein tun. Das spielt keine Rolle. Bei diesem Substrat. Gut. Hoffen wir mal du kommst. Toi toi toi. Mach das doch. Der unter dem Stern stehende. Sternfruchtbaum. Nein. Steht nicht unter einem guten Stern. Der will tatsächlich nicht mehr kommen. Auch wenn ich immer wieder genug Feucht gehalten habe. Ist jetzt noch leicht feucht. Scheint der doch nicht mehr. Ziehen wir einfach mal dran. Das hat sich nicht wirklich etwas verwurzelt. Der wird so wie es aussieht vielleicht noch kommen. Weil die Wurzeln eigentlich noch gut aussehen. Aber oben nichts mehr ist. Ich habe zwei schön wachsende. Ich habe ein neues Projekt. Wo sie auch schon am Keimen sind. Machen wir hier Platz. Hier muss der Sternfrucht. Die Bäume. Leider jetzt etwas anderem weichen. Beerdigen wir den auch jetzt auch. Unten am Stammchen. Hat sich irgendwie so weisses Zeugs bildet. Aber ansonsten. Sie sieht sie immer noch fast gut aus. Genau so. Ist das auch. Hier. Am Anzeiger. Für den Stand. Wasserstand. Feuchtigkeitsmesser. Und auch hier unten. Ist es leicht. Ja. Weisslich. Aber sonst sieht sie nicht schlecht aus. Hier wächst auch schon wieder etwas Neues raus. Einmal ein kurzes Zwischenupdate. Und wie man sehen kann. Macht es deren auch nichts aus wenn sie einmal komplett im Wasser stehen. Dann ist er eigentlich nicht nötig. Aber ja. Er ist einfach drinnen. Damit man es sieht wenn es zu wenig ist. Wachst schön. Immer wieder verschliessen sie sich über die Nacht. Klappenblätter zusammen. Und am nächsten Tag sind sie wieder offen. Der hat auch immer schön genug Feucht. Mit dem funktioniert das wunderbar mit den Anzeigern und dem Substrat. Hier wächst bereits schon etwas Neues raus. Nur ist der jetzt noch immer so ein Kunststoff Töpfchen. Wo ich eine Art Zucht gemacht habe. Wo noch weiter drin war. Das will ich jetzt ändern. Und möchte jetzt in ein anderes Töpfchen rüber tun. Und. Weil jetzt die meisten. Also bei mir jetzt die gerade alle hier drin stehen. In diesem Substrat. In diesem Don Granulat von Ceramys. Möchte ich jetzt einmal einen umsetzen. Und tue den gleichzeitig in ein anderes Substrat rein. Hier dazu nehme ich einmal so ein speziell schönes Töpfchen. Und dann hätten wir hier eben das andere Substrat. Der ist auch mineralisch. Die sind halt einfach ein bisschen anders. Ja. Dann tun wir das jetzt mal rausnehmen. Und dann tun wir das jetzt mal rausnehmen. Und dann tun wir das jetzt mal rausnehmen. So sieht es jetzt raus. Jetzt tun wir das noch besser ausspielen. und schaue es dann nochmal an. Damit wir jetzt gesehen haben, dass die Wurzeln nicht so gross sind, wissen wir auch, wie viele Substrate wir rein tun können und deswegen fülle ich hier gerade einmal Wasser rein und flüte das Substrate, das hier drin ist, direkt einmal. Jetzt können wir hier noch etwas mehr Substrate rein tun. Jetzt müssen wir schnell die Wurzeln hinheben, abmessen. Jawohl, so könnte es etwas gut kommen. Ein bisschen drehen. Prima. Das Ganze ein bisschen klopfen, dass es etwas verdichtet wird. Dann steht es auch etwas stabiler drinnen. Das sind ziemlich feine Wurzeln. Es sind auch ein feiner Stamm immer noch. Und deswegen hält man das nicht so gut. Wenn man hier nur irgendwie dran kommt, kann es dann auch noch einmal umkippen. Prima. Schauen wir das mal so zusammen an. So sieht das jetzt aus. Jetzt müssen wir natürlich noch etwas nachgiessen. Es ist nicht genug Wasser gesehen. Das System hat sich auch als vorteilhaft erwiesen, wenn man zu viel Wasser drin hat. Also es ist nicht so tragisch. Hier habe ich jetzt ganz leicht mehr Wasser drinnen. Hier kommt ein Anzeiger rein. Jetzt seht ihr schon, wie die Blätter sich wieder zusammengeklappt haben. Also der hat das gar nicht gern, wenn man den umtopft. Das erholt sich dann wieder im Verlauf des Tages. Und dann sieht das wieder ganz gut aus wie vorhin. Seht ihr, wie weich das ist? Es ist noch leicht dran gekommen. Es ist ziemlich empfindlich. Da müsst ihr aufpassen. Beim Gießen, dass man in die Rastdecke stösst oder so. Prima. Ok. Schauen wir mal. Bis es auch mit dem weitergeht. Und dieser hier, den ich hier einmal gezeigt habe, ist mittlerweile ziemlich gewachsen. Also, der Durchmesser der Blätter hier ist gigantisch geworden im Verhältnis zum letzten Mal. Wenn wir dann aber den anderen anschauen. Hier. Der ist etwa ähnlich geblieben. Das ist hier, wo ich unten noch alles stehen lassen habe. Und bei dem, wo jetzt eigentlich mehr oben gewachsen ist. Man sieht ja, wie es weit runter hängt. Das ist hier, wo ich den Unterteil abgeschnitten habe. Das ist der, der hier gekommen ist. Also, offenbar macht er jetzt oben mehr Wachstum. Weil bei diesem hier die unteren Blätter fehlen. Ja. Ja. Und hier, da kommt auch schon wieder bereits. Ein wenig viel ist im Moment nicht passiert. Und um das genau wirklich festzuhalten können, tun wir es da Meter hinzuheben. Das heisst, wir haben hier etwa 220, also 22 cm in der Breite etwa. und in der Höhe. Ich messe jetzt einfach mal von dort, wo es etwa in der Erde drin war. Da ist er etwa bei 14 cm. Und der andere. Da tun wir auch mal so ungefähr. Da ist er am breitesten, so wie ich es erkenne kann. Das hat hier auch ja, ist etwa ähnlich. Das hat auch etwa 22 cm. Und von der Höhe her dann, den wir einmal von hinten drehen. Da kann man es besser anschauen. Irgendwie hat er hier hinten nichts gebildet. Das ist wie gerade gegen hinten. Das muss man mal so drehen, dass er vielleicht hier hinten noch etwas rauswächst. Dann hat man hier auch den Ruf, wo er noch vom Substrat rauskommt. Das sind etwa 14 cm. Ja, das ist so in etwa. Die beiden hier. Ah, eines meiner ersten Steinfruchtbäume. Hier die Wasserstandsanzeiger drin haben. Die nehmen wir jetzt raus. Ja, man sieht es schon, wie sie gelitten hat mit den Steinchen. Die funktioniert nicht mehr optimal. Das ist genau der Grund, warum ich mich entschieden habe, ein anderes System für das steinige mineralische Substrat zu wählen, damit diese nicht kaputt gehen kann. Beziehungsweise ich die für etwas anderes brauchen kann. Aber den kann ich vermutlich jetzt kaputt schiessen, denn funktioniert nicht mehr richtig. Okay. jetzt machen wir sie so. Ich habe hier solche Wasserstandsanzeiger mit besorgt und habe schon bei anderen Pflanzen das auch gemacht. Jetzt kommt noch diese hier dran. Und zwar mache ich das jetzt so. Ich werde jetzt nochmal alles rausnehmen, dann schauen wir wie die Wurzeln aussehen, ob sie bis runtergewachsen ist, wie Weiz hier gewachsen ist. Das kenne ich noch nicht. Das Wachstum, wenn sie immer grössere Töpfchen war. Ich habe es noch nicht angeschaut. Wir sehen auch hier, dass das so eine weisse Oberfläche hat. Das ist so, sieht aus wie Schimmel. Ist aber kein Schimmel. Es soll nicht beunruhigend sein, gemäss den Hersteller von diesen Substraten, die ich angefragt habe. Man soll das Substrat auskochen und noch einmal reintun. So war die Antwort. Wenn ich das bei diesem selbstdüngenden Substrat dann ist vermutlich die Düngung am Arsch. Wenn man das auskocht, naja. Okay, so die Antwort. Dann sieht das so aus mit dem Anzeiger, den wir hier verwenden. Wenn man das hier rein macht, ich werde den ganz runterstellen, da eher mitten bei den Pflanzen sein, weil das Ganze konisch läuft. Da kann ich es nicht am Rand haben, weil es scheisse aussteht. Also muss ich den fast in der Mitte beim Stämmchen hin nicht pflanzen. Ist halt jetzt suboptimal bei diesem kleinen Töpfchen, weil er gerne am Rand hat. Aber ja, kann halt eine andere Form, dann geht das hier nicht. Wie funktioniert so ein Wasserstandsanzeiger, falls ihr eins selber basteln und Material rumliegen habt? ich gebe euch hier kurz einen Tipp wie ihr das machen könnt. Also, ihr braucht sicher einmal zuallererst irgendein Röhrchen. Vielleicht kennen alle die Tabletten die Tabs die man im Wasser auflösen kann. Dort wären zum Beispiel so Röhrchen. Ihr müsst einfach unten im Röhrchen den Boden raus schneiden, damit es oben und unten offen ist. Damit ihr keine Schlitze reinmachen, mehr oder weniger. Sonst nehmt ihr eine Bohrmaschine oder lassen sie euch von jemandem bohren. Dann könnt ihr ein paar Löcher reinbohren. Dann habt ihr schon einmal gewährleistet dass Wasser reinkommt, wenn ihr den Deckel unten nicht wegnehmt. Oder sonst Löcher reinmachen. Dann könnt ihr das so mal dreistellen. Dann könnt ihr eine Höhe zuschneiden wie ihr es braucht. Beim Töpfchen. Das Röhrchen. Oder könnt ihr einfach röhrlicher Posten. Wie auch immer. Dann braucht ihr etwas das schwimmt. In diesem System ist das ein Kugel das hohl ist. Darum schwimmt es. Ihr könnt z.B. ein Stück Kork nehmen. Oder sonst irgendwas das schwimmt. Kork hält nicht ewig. Weil es immer Wasser ist sieht es nicht mehr so schön aus. Dann braucht ihr etwas wo der Schwimmer darstellt. Das ist irgendwie schräg. Damit das Ganze angezeigt kann werden in der Höhe. Dann könnt ihr euren Stäbchen z.B. ins Kork reinstecken. Und dann kommt die Zuffen. Oder ihr nehmt halt sonst irgendetwas was schwimmt. und oben drüber wo wir das zu machen. Das hier ist die Anzeige. Eine Anzeige braucht ihr in diesem Sinne nicht wirklich. Ihr könnt auf eurem Stäbchen oben und rauskommt einfach Anzeige machen wie viel Wasser das ihr drin habt. Mit Strichchen oder mit einem Klebband rum oder mit einer Markierung mit einem Filzstift. Und dann seht ihr auch genau wenn ihr das Vorteil ausprobiert habt. Wie weit Wasser rein damit der Wasserstandsanzeiger das anzeigt was ihr drin habt. Wie ich das genau gemeint habe das zeige ich jetzt wenn wir es rausnehmen. Das heisst jetzt machen wir es so. Und zwar nehmen wir das hier jetzt raus. Ich habe hier schon ein bisschen Wasser bereitgestellt. Dass wenn ich es rausgenommen habe direkt ins Wasser zu tun. Ihr seht hier ist Sonne. Wurzeln können schnell vertrocknen. Ich will nichts riskieren. Deswegen machen wir das raus. Mal schauen ob hier schon Wasser rauskommt. Jawohl gut Heben Stämmchen. Es kommt schon ein bisschen Wasser raus. Es hat also noch Wasser drin. Alles raus. Jawohl es ist noch feucht bis runter. Der hat blau angezeigt. Das hat auch noch gestimmt. Und wir sehen trotzdem grosser Töpfchen. Die Wurzeln sind nicht wirklich weitergewachsen. Die sind nicht grösser worden. Aber ganz leicht kann man es erkennen. Die weissen Wurzeln ist weitergewachsen. Aber das hat sehr sehr verhaltens verwachsen. Vor allem macht es keine langen tiefer Wurzeln. Gut Ab ins Wasser hinein. Jetzt hätten wir das was hier gestellt werden könnte. Wenn wir das ganz bis runter stellen, sehen wir wo das in der Höhe steht. Und hier die Pflanze lebt sehr sehr kurze Wurzeln. Ist der Topf schon fast zu gross. Jetzt muss ich mir gerade mal überlegen ob ich das nicht in einen anderen Topf machen soll. Nein, nein, ich lasse das so. Das ist okay. Ich lasse das so. Dann ziehe ich noch etwas weiter damit Wasser drin ist. Die Pflanze lebt ja. Ich brauche scheinbar nicht so viel Wasser. Das Wasser hat sich bis hoch gezogen. Dann ist das okay. Dann kann man das so rein tun. Und wieder auffüllen. Das ist das was ich vorhin gemeint habe. Das steht natürlich nicht schön am Rand. weil es konisch ist. Und jetzt kommt das was ich meine mit dem Wasser einfüllen. Das zeige ich euch jetzt. Wenn ich das Wasser einfülle. Noch nicht los. Sonst bewegt es mir die Anzeige. Ich muss noch mehr rein. Die Wurzeln sind ja doch recht kurz. dann mache ich das nicht. So ist das okay. Prima. Dann machen wir es jetzt so. hier rein. So. Ihr seht schon. es zeigt bereits schon optimal an. Optimal würde es bei diesem Töpfchen bedeuten. Moment mal. und zwar haben wir es dann drinnen stellen. Hier unten auf dem Boden der noch steht. Der Boden hat noch eine gewisse Dicke. Dann sehen wir Optimum. Und das heisst. Das drehen wir schnell hier. Jetzt steht das Wasser im Töpfchen bis hier hin. Das bedeutet das ist hier. Jetzt ist ein bisschen mehr als in der Hälfte vom Töpfchen nicht ganz die Hälfte vom Töpfchen ist jetzt mit Wasser voll. Das bedeutet das ist etwa und das kann man jetzt schauen und hoffen wir dass das reicht. Dann nehmen wir wieder das Bäumchen hier. Machen das hier wieder rein. Machen wir es ein bisschen auf der Seite rein. Dann darf er auf der Seite stehen. Und den Rest wieder füllen mit Substrat. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr ganz alles. Sonst ist es zu hoch. Können wir zwar trotzdem machen. Ein Wasserstandsanzeiger nimmt ja auch ein Volumen ein. Und wenn man hier knapp bemessen hat ohne den Anzeiger ist es mit natürlich weniger das rein geht. Das ist eben ein Nachteil bei den Substraten. Bei den Erden ist es ja nicht anders. Die gehen hochträglich nicht mehr so gut rein. Wenn sie feucht sind dann kleben sie richtig. So wäre das. Ich lege den Rest dann noch mit dem Löffel rein. Aber einfach so. Um zu zeigen, dass man sieht wie es ist. Dann drehen wir auf die andere Seite dann sehe ich es von hierher besser. Dann wäre das so jetzt die Option einen Wasserstandsanzeiger selber einzubauen. um den Wasserstand zu sehen. Jetzt ist es sogar ein wenig gestiegen. Das ist über das Optimum hinein. Mal schauen. Beobachten dürfen wir wissen wie viel Wasser die Pflanzen müssen geben. Seht ihr das haben sie nicht gerne wenn man etwas mit den Pflanzen macht. Jetzt hat sie wieder ihre Blätter reingeklappt was sie sonst nachgemacht hat. Okay das wäre es. Vielen Dank und bis zum nächsten Update. Doug hat sich nicht wirklich viel verändert in einem Jahr. Wachstum dass man hier in der optischen Sicht wenn man das zuhause hat das Gefühl hat der wachst gar nicht wirklich. Der hat jetzt da aber ja die 28 im Durchmesser das ist einer von den ersten gesehen. Hier habe ich jetzt gerade Wasser nachgefüllt dass es auch oben ist. Genau so in der Wohnung mit dem Wasser das Zeugs wird immer weiss da oben. haben wir schon mal erwähnt der hier drinnen ja auch hier wenn man es bei der Höhe schauen 14 ja 11 12 wie auch immer das hier hinten ist noch höher als das neue rausgewachsen ist. Hier wächst wieder eins raus. Was nicht so gut so schön aussieht wächst zwar auch immer oben kommt auch wieder etwas frisches raus verliert aber eher die Blätter das ist ja der wo wir mal unten mehr abgeschnitten haben wo wir mal die Anzeiger reingemacht haben und wo wir mal die Wurzeln angeschaut haben das wächst auch hervorragend das wächst am schönsten fast vor allem neben dem hat dem auch nicht geschadet gefällt dem auch wunderbar und da können wir auch sehen wenn wir anzeigen müssen wir jetzt wieder Wasser geben sieht aus wie wenn es zu wenig hat aber an der Pflanze sieht es nicht aus wenn es zu wenig hat die braucht also auch nicht sonderlich viel Wasser also vorsichtig mit Wasser geben sei bei diesen Pflanzen sonst kommt das denen vielleicht nicht gut dass das hier rot ist fast ganz rot und weil ich hier schräg drauf geschaut hat es blau ausgesehen wie jetzt ihr auch gerade sehen könnt also wichtig dass ihr die schön gerade habt dass es duschen kann weil jetzt ja es fällt ein Blättchen nach dem anderen runter bedeutet der hat zu wenig Wasser also Sternfrucht die haben es gar nicht gern wenn es trocken wird ja sehen sie da der fällt alles ab und wird gut kaputt jetzt hoffen wir mal und schauen mal was hier weiter passiert ob der weiter wächst oder ob er ganz hingeht ich kann jetzt wieder Wasser geben einen von diesen müssen wir hier jetzt entsorgen den mache ich weg weil hier immer mehr am zerfallen und am vertrocknen ist gehen alles Blättchen ab und ich noch genug andere habe im oberen Bereich sieht es zwar aus wie wenn es noch wachsen würde aber da habe ich sowieso ein bisschen Platzprobleme kann das jetzt entsorgen wir das das kommt jetzt mal weg das kommt jetzt mal weg Wurzelbereich sieht auch noch gut aus könnte gut sein dass er noch kommt aber ja man kann sich nicht immer an allem festklemmen funktioniert sonst soweit eigentlich gut dieser sternfrucht pflanze die sieht auch ganz prächtig schön aus da die gefällt mir ganz besonders gut das ist eine von den wo leicht abseits steht die steht nicht direkt am sonnenlicht hier sehen wir auch Blättchen die abfallen das ist normal im unteren Bereich dass da immer wieder Blätter abfallen hier hier sehen wir jetzt der Wasserstandsanzeiger ist ganz unten hier muss man wieder Wasser rein geben und dann sehen wir schön wenn das Wasser gut ist Maximum prima und dann was das für das Update sehen wunderbar ich habe jetzt nur zwei Theorien die eine ist dass es kieler geworden ist und es denen nicht gefällt darum habe ich die jetzt gezogen die sind vorher genau anders gestanden hier in diesem Raum ist es etwas wärmer und die zweite Theorie ist im Wohnzimmer läuft ab und zu der Ventilator wo ich dort auch schon im Sommer laufen hatte aber im Sommer hat es es nicht gestört wobei es dann wahrscheinlich warm war deshalb habe ich jetzt die Komponenten mit dem Ventilator ab und zu läuft ausgeschalten indem sie jetzt hier stehen wo der Ventilator nicht mehr ablost um mal zu schauen wo liegt es jetzt daran dass sie zu viel ablosen werden weil es kiel ist oder nur weil es kiel ist finden wir das miteinander und dann sehen wir was da hinten passiert aber auch der beginnt Welt und verliert immer wieder Äste ich vermute einfach mal dass dem nicht gefällt weil es kieler ist kieler heisst so um die 20 grad ich habe es auch schon probiert mit weniger Wasser Wasser sehen wir gerade die Blätter ab wegen dem Wasserstandsanzeiger aber an dem liegt es auch nicht da liegt noch mal eins drinnen wenn zu wenig Wasser ist oder zu viel Wasser ist bei dem nicht so darauf schauen können also deswegen schaue ich dass er immer feucht ist und der dritte ist genau gleich so verliert auch immer wieder die Blätter und kleine Äste dann schauen wir wie das nächste Jahr aussieht bei allen drei aber trotzdem nach wächst also bleiben wir gespannt was da noch passiert das war das das war das